Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche euch natürlich hohe Ostern! Ja, das ist heute ein Zorgernsonntag, tatsächlich am Ostersonntag und naja, was soll ich dazu sagen? Bei mir steht, ist das eigentlich nur an der Sonntag, weil wirklich Ostern feiern tue ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Also, ich meine, wir haben sowieso nie riesengroß Ostern gefeiert, damals, als wir Kinder waren, noch mehr, dann auch wirklich mit Eiersuche und allem, aber jetzt, also schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Klar, normalerweise wäre jetzt gerade keine Pandemiezeit, wäre ich natürlich zu meiner Familie gefahren und dann hätten wir dann auch irgendwie Kaffee, Kuchen gemacht und wären spazieren gegangen und so und hätten Zeit zusammen verbracht, aber Pandemiezeit halt, deswegen sitze ich hier. Wuhu! Aber, man kann sich ja trotzdem beschäftigen. Also, ich werde mich wahrscheinlich, sobald diese Folge geschnitten und hochgeladen ist, was noch ein bisschen dauern wird, aber danach werde ich mich dann an den Livestream setzen und, ähm, einfach streamen verschiedene Sachen. Wir haben jetzt mit Hollow Knight im Stream angefangen, erst weitermachen, Age of Vampires weiterspielen. Wir werden sehen! Ja, ne? Ich meine, wie feiert ihr denn Ostern? Also, ihr könnt ja beide schreiben, wie feiert ihr normalerweise Ostern und wie feiert ihr dieses Jahr Ostern, wenn das bei euch auch anders sein sollte, wie bei manch anderen vielleicht. Ähm, wieso denn direkt nehme ich überhaupt die ganze Zeit die Zettel in die Hand? Keine Ahnung. Ihr wisst, ich bin gerne auch mal ein bisschen verpeilt. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob wir vielleicht hier im Video irgendwie eine virtuelle Ostersuche veranstalten sollen, aber mir ist echt nichts eingefallen. Ich hätte hier die Zauberwürfel verstecken können, ne? Aber, ja, ist mir nicht eingefallen bis gerade. Und jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, die zu verstecken. Mies gelaufen! Eigeil. Äh, wie war denn eure Woche an sich so? Ähm, war es schon entspannt? Meine war es tatsächlich sehr entspannt. Ich habe viel erledigt bekommen, habe endlich wieder mit Sport angefangen. Also, ich habe wieder seit Anfang des Jahres das ziemlich schleifen lassen. Aber, jetzt ist das Wetter ja in der Regel ein bisschen besser und da kann man schön draußen Sport machen, was viel angenehmer ist, als hier in meinem Zimmer. In meinem Zimmer ist es echt unangenehm, Sport zu machen. Erstmal habe ich nicht so viel Platz, wo ich mich wirklich viel bewegen kann. Und, ähm, die Luft zirkuliert hier auch nicht so geil im Zimmer. Das heißt, wenn man sich hier, selbst wenn man ein Fenster offen hat, wenn man sich ein bisschen hier körperlich betätigt, wird es sehr schnell müffig, leider. Naja, lässt sich nichts machen. Hm. Jetzt, ähm, eigentlich ist heute wieder Sport dran. Alle zwei Tage, habe ich gesagt. Bisher ist das Wetter hier nicht so geil. Es ist nur ziemlich kalt draußen. Also, im Notfall mache ich, ich werde auf jeden Fall Sport machen. Im Notfall mache ich dann doch nochmal drin. Aber ich hoffe, dass das zum Nachmittag hin das Wetter vielleicht nochmal ein bisschen besser wird und ich dann nochmal rausgehen kann. Ähm, das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Weil, es macht schon Spaß draußen zu trainieren. Aber, weil das Wetter so warm war, hatte ich dann nicht noch von einem anderen Problem. Okay. Zwar, ich habe jetzt schon gemerkt, gerade vormittags, wenn die Sonne voll auf die Fenster knallt und den Raum hier aufheizt wie sonst was, wurde das schon ziemlich warm hier drin. Noch nicht unangenehm. Wir haben ja noch nicht wirklich, also, geht zwar Richtung Sommer, aber von wirklich sommerlichen Temperaturen sind wir ja noch weit entfernt. Aber da ist mir eingefallen, hey, du brauchst einen neuen Ventilator. Dein Alter ist ja, letztes Jahr ist das Rotorblatt von meinem Alten kaputt gegangen. Und weil der sehr, sehr alt ist, ich glaube, der Ventilator ist älter als ich, ähm, die Rotorblätter, die man nachbestellen kann, die haben alle eine andere Norm und deswegen finde ich es gar nicht passend mehr dafür. Und da ist mir eingefallen, hey, wenn es jetzt schon so warm wird, dann wird es im Sommer erst recht hier in dieser Bude wieder richtig warm. Und wenn du Pech hast, musst du wieder sehr viel Zeit hier drin verbringen und hier drin arbeiten. Wäre sinnvoll, wenn du dir einen Ventilator besorgst, weil im Sommer werden die alle vergriffen sein. Also habe ich mir einen Ventilator bestellt, der ist jetzt auch schon da, was ziemlich nice ist, den könnt ihr aufbauen, funktioniert auch. Und ich bin für den Sommer gewandt, yay. Ja, und das war eigentlich schon so meine Woche, so das Aufregungste in dieser Woche. Ja, nee, doch, ich habe ja noch Dienstag, ähm, dieses Challenge-Video, das Challenge-Time-Video hochgeladen mit FTL. Das erste Mal, dass ich so ein Video auf diese Art gemacht habe, weil es ist riesiger Aufwand, verdammt großer Aufwand, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und, äh, das hat mir gezeigt, dass ich auf jeden Fall dieses Projekt auch weiterführen werde. Wie gesagt, ähm, nächst, äh, wie häufig das kommen wird, weiß ich noch nicht. Nächsten Dienstag wird auf jeden Fall kein Video kommen, weil es braucht schon echt viel Zeit, um das zu machen. Und, äh, ich mache ja noch ein paar andere Sachen, wie Stream, andere Projekte für den Kanal. Naja. Aber kommen wir zu dem, ähm, was wir heute machen werden und weshalb ihr wahrscheinlich auf dieses Video geklickt habt. Ähm, ich habe mir nämlich überlegt, was willst du denn heute machen? Und, äh, alle Leute haben ja alles Mögliche gerankt in Tierlists. Und das wollte ich auch mal machen. Die Frage war nur was. Und ich hatte eigentlich Bock, so, die Science-Fiction-Raumschiffe zu ranken. Aber nicht nur die Star Trek-Schiffe oder nur die Star Wars-Schiffe oder nur die Schiffe von da und da, sondern so von sämtlichen großen Star Trek, äh, Star Trek, äh, von großen Science-Fiction-Franchises, so die Heldenschiffe so untereinander zu ranken, ne? Dass man auch die Vergleiche zu den verschiedenen Franchises hat, welches Schiff geil aussieht und so. Gibt es leider nicht, musste ich gestern Abend feststellen und ich hatte keine Zeit, meine eigene Tierliste dazu zu erstellen. Das können wir vielleicht ein anderes Mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, und ich habe mich dann mal ein bisschen umgeschaut. Was haben wir denn da für so Tierliste, wo ich auch der Meinung bin, dass ich in der Lage bin, das zu ranken. Also, natürlich mein persönliches Befinden, aber wo wir eine Tierliste haben, wo wirklich Sachen drin vorkommen, wo ich alles von weiß. Ich hasse es immer, Tierliste zu erstellen und, ähm, wenn man nach 50% der Sachen, die gerankt werden sollen, gar nicht kennt. Ne, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Und ich habe halt entdeckt, und deswegen habt ihr wahrscheinlich hier auch draufgeklickt, weil es so im Titel drin steht, ähm, Ja, ähm, die MCU-Filme, also Marvel Cinematic Universe. Denn, so kann ich mal ein bisschen über Marvel reden, ohne Falcon in the Wintersteutsche ansprechen zu müssen, was vielleicht welche noch nicht gesehen haben. Und ich will, ich, wie ihr wisst, ich will ungerne Talk am Sonntag zum Beispiel in Spoiler-Talk verwandeln. Und was die Filme von Marvel Cinematic Universe angeht, die schon released wurden, bin ich der Meinung, äh, Spider-Man from Home war jetzt der letzte. Und der ist jetzt schon ein paar Jährchen her. 2019. 2019? Nein, 2019. Da kann man jetzt schon sagen, also, weil ich natürlich gleich ein bisschen auf die Handlung von dem Film eingehen werde, ähm, die Leute, die halt Marvel-Filme noch nicht gesehen haben, die gucken sich das eh nicht an. Und den Rest, ne, also, irgendwann ist halt auch dieses, die Zeit, wo man so, oh, total hartnäckig auf Spoiler achten, muss halt einfach vorbei. Ne, das ist, man kann das nicht ewig machen, äh, und, ja. Das machen wir heute. Und da habe ich eine schöne Tierliste rausgesucht, und wir wechseln natürlich jetzt erstmal auf den Rechner. Entschuldigung, wenn ihr das gehört habt, mit dem Mikro umstellen, aber ihr wisst, das muss sein. Und da sind wir auch schon, äh, schön bei einer Tierliste. Ich meine, ich glaube, Tierlist-Maker muss ich jetzt nicht wirklich den Leuten erklären, oder? Äh, ja, wir haben hier die Dinger, also die, mit den Bildern jetzt alle, die Filmplakate in dem Fall. Äh, und wir können die hier reinziehen und einsortieren, ne, weil es Drag & Drop super easy zu erklären. Wie machen wir das? Ähm, ich werde jetzt erstmal die Filme da reinpacken, ähm, da wo ich sie sehe, auf welchen Tier ungefähr, und wir werden sie erstmal einsortieren. Und wenn alle einsortiert sind, dann werden wir auf den Tiers nochmal die Filme dann untereinander ranken. Ähm, aber erstmal alle einsortieren, dann geht das nicht meiner Meinung nach viel, viel besser. Und, äh, wir fangen natürlich chronologisch an. Also, chronologisch ist Iron Man, der erste Film. Und, ich muss sagen, ich hab den letztens auch nochmal gesehen, tatsächlich. Ähm, ich würde ihn auf A setzen. Er hat damit angefangen, also er hat das ganze Cinematic Universe angefangen, der Film. War eine super Einleitung, der Film an sich ist auch immer noch gut. Und, aber, ja, es gibt Filme im MCU, die nochmal einen Ticken besser sind, meiner Meinung nach. Ja, wo man nochmal ein bisschen mehr dran gefesselt ist. Als nächstes kommt Incredible Hulk, was ja so ein halber MCU-Film ist, weil eigentlich gehört er ja immer noch nicht so wirklich zu Disney, meines Wissens nach. Aber, und, und Iron Man, als der gedreht wurde, gehört, war ja auch Disney noch gar nicht involviert, ne. Da gehörte das noch anderen. Deswegen ist das so ein Hype-Ding. Incredible Hulk, boah, den hab ich nur ein, zwei Mal gesehen und auch schon echt lange her. Ich muss auch dazu sagen, dass mich persönlich die Hulk-Geschichten nie so krass interessiert haben. Also, ich weiß, viele finden Hulk echt einen interessanten Charakter. Ich seh das auch wo drin. Ja, mich persönlich, auch außerhalb der, in der Filme, war der Incredible, also auch in den Animationsserien oder in den Comics, ja, der Charakter Hulk hat mich nie so sehr interessiert, tatsächlich. Äh, auch den Konflikt mit Bruce Banner und so, wobei ich Bruce Banner an sich einen ziemlich coolen Charakter finde. Ähm, aber ja, deswegen, ne, ihr wisst, persönliche Meinung, für mich persönlich, Hulk, Incredible Hulk zählt hier. Es ist jetzt kein miserabler Film, ähm, aber ja, und vor allem, es werden ein paar Sachen da, also, angedeutet, wozu nie was gekommen ist. Er hat eigentlich sogar D, ah, ja, wir lassen ihn mal auf C-Tier, vielleicht wandert er dann runter auf D-Tier. Boah, sehr schwere Entscheidung. Iron Man 2 ist, ähm, B-Tier. Er ist nicht so gut wie Iron Man 1, aber was ihn davon abhält, C-Tier zu werden, ist halt, dass er immer noch, finde ich, ein solider Film ist und, vor allem, er setzt halt noch mal mehr das MCU in Gange, ne? Da wird nochmal, er wird richtig dann mal mit, äh, also, Nick Fury kommt richtig vor. Black Widow wird eingeführt. Es werden wirklich richtige Andeutungen auf die anderen Charaktere, die noch kommen, gemacht und so. Deswegen, Iron Man 2 würde ich auf B-Tier setzen. Nach Iron Man 2 kam Thor. Oh, Thor 1, boah, ich glaube, ich bin da ein bisschen, ich glaube, ja, oh, das könnte echt kontrovers werden, weil ich glaube, ich bin da, was die Thor-Filme angeht, ein bisschen anderer Meinung als die anderen, als alle anderen. Ähm, Thor 1 ist tatsächlich für mich zäh. Thor 1 ist für mich zäh. Mit Thor 1 bin ich nie so warm geworden, wie mit den anderen Thor-Filmen. Und, ja, was ich damit meine, kommen wir dazu, wenn wir zu den anderen Thor-Filmen kommen, ne? Thor 1 ist für mich, ja, ne, auch wenn die Charaktere an sich cool sind, aber irgendwie, ja, Thor 1 ist für mich tatsächlich der schwächste Thor-Film. Ähm, dann haben wir, wo ist er denn? Äh, das ist Winter Soldier, das ist, er ist Captain America. Der erste Captain America ist für mich B. Der erste Captain America ist für mich B. Solider Film, absolut solider Film. Ähm, und ist halt die Origin-Geschichte von Captain America, ne? Das ist, war jetzt auch nicht wirklich krasse Wow-Momente dabei, meiner Meinung nach. Er war einfach so, ähm, vor allem da, ich finde, die haben tatsächlich die Origin-Geschichte von Captain America, zumindest von den, also, von den Anfangshelden in MCU, ich kenne ja ein bisschen die Comics und auch die Animations-Geschichte und so, ist die am wenigsten verändertste, meiner Meinung nach. Also, die mit dem Ding, ja, er hat halt das Super-Soldaten-Serum bekommen, hat im zweiten Weltkrieg gekämpft, ist dann abgestürzt und eingefroren und wird wieder aufgetaut in der Gegenwart, ne? Da haben sie echt wenig dran verändert. Deswegen B-Tier. Ähm, dann kam natürlich schon der erste Avengers, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist denn der erste Avengers? Da ist er erst, ne, das ist Age of Ultron. Wo ist denn der erste Avengers? Endgame? Infinity War? Age of Ultron? Ach, da, da, Avengers. Ähm. Boah. A oder B? Als ich ihn das im Kino gesehen hab, das erste Mal, war das natürlich zu dem Zeitpunkt der geilste Film überhaupt, bin ich ganz ehrlich. Bin aus dem, ähm, Kino rausgekommen und das war für mich der Film, von allen Filmen, die ich im Kino gesehen hab, äh, war das der Film, der für mich sich so richtig eingebannt hatte. Jetzt im Nachhinein betrachtet, solider Film, B. Er bringt sie zusammen, er bringt sie zusammen, die Avengers. Äh, die Handlung an sich ist jetzt auch nicht so überragend, auch wenn Loki der Bösewicht ist und ist immer noch einer der besten Bösewichte des MCUs ist. Aber, da sind gute Gags bei und so. Aber, tatsächlich für mich B-Tier. Wahrscheinlich wird sich das Claire Acher werden, wenn wir zu den anderen Avengers Filmen kommen, warum der B-Tier ist. Ähm, danach kam Iron Man 3. Hey, Iron Man 3, 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 3. Wo ist er denn jetzt? Da, Iron Man 3. Iron Man 3 ist für mich A-Tier tatsächlich. Ich finde, Iron Man 3, auch wenn er ja der Punkt ist mit, ähm, der Mandarin, ist nicht wirklich der Mandarin und nur ein Schauspieler, der engagiert wurde und so. Ich mag, mag Iron Man 3 echt gerne tatsächlich. Auch, dass dann Tony erstmal ohne seine Rüstung klarkommen muss und so. und es wieder mehr halt um den Menschen Tony Stark geht und so. Das ist, ähm... Ich fand das echt gut. Also... Warte, eben einen kurzen Schluck trinken. Etwas, wo alle Phase-2-Filme meiner Meinung nach Probleme haben, ist, dass in fast allen Phase-2-Filmen passiert etwas, wo du eigentlich sagst, ey, das ist ein Weltuntergangs-Event, wieso tauchen die an einer Avengers-Star nicht auf? Ja, und darunter leiden alle Phase-2-Filme, aber Iron Man 3 ist echt noch ein echt guter Film. Ich guck den immer noch echt gerne. Also da, ne, Extremis, die empführen den amerikanischen Präsidenten, ähm... Ne, wollen dort echt die Hölle auf Erden loslassen. Tony macht das alles alleine. Ne? Dann hast du in Thor's Dark World, ich komm mir gleich noch zu, dann am Ende Malekith mit den Portalen und so. Was passiert am Ende? Nur Thor kümmert sich darum, obwohl da in England die Portale verrückt spielen und alles und du weißt genau, Tony wäre mit Iron Man-Rüstung in 0, nix da gewesen. Von allem. Äh, das ist dann ein bisschen... Das war so bei den Phase-2-Filmen echt ein Ticken merkwürdig. Aber ja, das haben sie dann in Phase-3 da ein bisschen besser hinbekommen. Ähm, jetzt weiß ich grad nicht, kam er an Thor 2 oder Captain America 2? Wir gehen mal mit Thor 2. Ich weiß grad nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge die beiden kamen. Dann gehen wir mal mit Thor 2. Thor 2 ist für mich B-Tier. Also ich mag Thor 2 tatsächlich als Film. Ich weiß, sehr kontrovers. Viele sagen, Thor 2 ist einer der schlechtesten Marvel-Filme. Ähm, ich mochte den. Ich mochte den Film. Und ich mag ihn immer noch. Ich mag... Ich liebe den Soundtrack dahinter. Ich mag auch dieses bisschen da halt dieses... Ja... Ja... Ne, Fantasy-mäßige, was da noch mit drin ist. Deswegen... Ähm... Für mich B-Tier tatsächlich. Ähm... Winter Soldier... Es... Winter Soldier ist es. Ne? Ich glaube, da muss ich auch nicht echt viel zu begründen. Bin ich ganz ehrlich. Äh... Captain America and Winter Soldier ist... Einer der besten, wenn nicht sogar immer noch der beste MCU-Film. Tatsächlich. Ähm... Und... Der macht einfach nur Spaß zu schauen. Weil es echt so ein richtiger... Thriller mit drin ist. Und nein, die Action ist super in dem Film. Ganz da ist hier. Ähm... Dann kam... Kam dann... Dann kam Guardians of the Galaxy, ne? Guardians of the Galaxy. Kam... Hm... Guardians of the Galaxy 1. Ah... Genialer Film. Hat das alles nochmal ein bisschen aufgemischt. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Zu schauen jetzt immer noch. Soundtrack natürlich. Über den Soundtrack muss man nicht viel sagen. Ähm... Das... Also... Ja... Der ist für mich ganz klar A. Der ist für mich klar. Ganz klar A. So, jetzt kommen wir zu Avengers Age of Ultron. Ähm... Da. Für mich A. Ich mag tatsächlich Age of Ultron. Sehr gerne. Guck Age of Ultron sehr gerne. Ich mag auch... Ultron ist für mich sowieso einer der besten Bösewichte im Marvel-Universum. Und ich hoffe, dass sie ihn im MCU nochmal zurückbringen. Weil Ultron ist eigentlich ein Charakter, der ist nicht tot zu kriegen. Der hat immer einen Rückzugsort und so. Ähm... Ich hoffe, dass sie den irgendwie zurückbringen. Es gab jetzt schon immer wieder mal Andeutungen, dass er eventuell... Ne... Durch Easter Eggs und so. Dass... Also... Dass es meiner Meinung nach Möglichkeiten gibt, wie Ultron zurückkehren könnte. Ultron ist eigentlich ein super Gegenspieler. Und ich wünsche mir einfach, dass er zurückkommt. Und ich mochte Age of Ultron tatsächlich sehr gerne. Ja... Vor allem, weil der hat schon so ein bisschen die... Die verschiedenen Ansichten innerhalb der Avengers klar wurden und so. Ähm... Deswegen... Mich Art hier. Äh... Dann kam Ant-Man. Ant-Man Art hier. Ich mag die Ant-Man-Filme. Ich mag sie einfach. Ich mag ja auch Heist-Filme, so wie das wie Oceans und so. Und ich mag Ant-Man. Ich hab letztens die Ant-Man-Filme nochmal geschaut. Ich mag sie einfach. Ich mag die Charaktere da drin. Ich mag den Humor in den Filmen. Ich mag, dass die... Dass die tatsächlich so... Die schaffen es so ein bisschen, das wieder auf... Von diesen globalen Events auf etwas Kleineres zu beziehen. Und deswegen... Für mich ganz klar... Äh... Ant-Man... Ah... Tier. Nach Ant-Man... Kam das... Nach Ant-Man kam das schon Civil War? Kam nach Ant-Man schon Civil War? Ja, ne? Civil War kam nach Ant-Man. Oh, das ist so eine schwierige Entscheidung. Civil War ist so ein geiler Film. Aber ist er es Tier? Ist der S-Tier? Civil War ist A-Tier. Civil War ist meiner Meinung nach A-Tier. Er ist ein geiler Film. Aber es gibt auch ein paar Momente. Oh, das ist so schwer. Oder ist er doch S-Tier? Ich finde das so gut aufgebaut, dass du nicht wirklich sagen kannst, hey, Iron Man hat recht oder Cap hat recht. Das ist so gut aufgebaut. Weil, ne? Irgendwie hat das auch Sinn. Vor allem, weil... Sie sind halt da... Was ich halt ein super Schritt fand, war, es war nicht die amerikanische Regierung, die gesagt hat, hey, ihr müsst diesen Vertrag unterzeichnen, ihr seid jetzt quasi für uns Angestellte, sondern es waren die Vereinigten Nationen. Es war eigentlich wirklich die Weltregierung, wenn du so willst. Das war echt ein guter Schritt, weil du... So waren quasi alle Länder der Meinung, hey, du, ne? Ihr seid... Ihr kommt nur dann zu einem Satz, wenn die das sagen. Ähm. Und wir haben... Oh, der... Ist... Boah. Ah, ich... Ich packe ihn nochmal in S hier rein. Wenn wir gleich die Sachen innerhalb der Tiere sortieren, kann er vielleicht nochmal auf A runterrutschen. Tatsächlich. Aber wenn er zu A runterrutscht, ist er ganz klar ganz vorne bei A. Boah, schwierig. Es gibt nämlich ein paar Sachen bei Civil War. Ah, die ich so irgendwie... Ich fand zum Beispiel das Ende... Bisschen merkwürdig. Ich mein... Dass Tony da wirklich so komplett Rampage geht. Also klar, Tony ist ein instabiler Typ, aber... Dass er wirklich so komplett Rampage geht. Nur Bucky zu töten, fand ich dann doch so ein bisschen sehr krass. Nein, klar. Er hat gesehen, er hat seine Eltern getötet, aber... Äh... Und... Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming-Art. Spider-Man ist sowieso einer meiner liebsten Marvel-Charaktere. Und... Spider-Man Homecoming war ein super Film. War ein super Film einfach. Ich mochte auch Michael Keaton als The Vulture. Ähm... Dann... Äh... Homecoming mag ich echt gerne. Dann... Ich seh grad, Far From Home ist gar nicht mit hier drin. Na sowas aber auch. Far From Home ist gar nicht hier drin. Äh... Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber komm mal am Ende zu. Ist ja der letzte Film. Ähm... Dann... Kam... Thor Ragnarok. Ah... Ich mochte, dass sie endlich mal den Hulk... Wirklich den Hulk haben sein lassen. Also gezeigt haben, dass er auch eine eigene Persönlichkeit hat und allem. Ich mochte den Humor an sich schon. Er war mir aber teilweise zu sehr drin. Boah, das ist eine schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Ich mag es an sich, dass die Thor echt aufgelockert haben. Boah, ich fand es an manchen Stellen auch echt unpassend mit dem Humor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte nicht unbedingt sein müssen. C. Ich muss Ragnarok tatsächlich in C reinpacken. Ich muss Ragnarok tatsächlich in C reinpacken. Ja. Ist... Ist leider so. Ähm... Guardians of the Galaxy Vol. 2 ist für mich B. Äh... Er war immer noch ein genialer Film. Das Problem, was ich mit dem Film hatte persönlich war, er war zu... Für mich viel zu... Sehr vorhersehbar, was passiert. Deswegen... Für mich... Äh... Auf B nur. Er war... Es war wieder eine super Unterhaltung. Der Soundtrack war wieder super. Der Humor war spitze. Aber... Der Plot war mir ein bisschen zu sehr vorhersehbar. Bei dem tatsächlich. Bei dem war es mir... Der Humor tatsächlich ein bisschen zu sehr vorhersehbar. Äh... Äh... Dr. Strange... Ist... Ah... Okay, ich seh grad, wir müssen wahrscheinlich ein paar aus Art-Tier später entfernen. Also, das machen wir gleich nochmal. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm... Wie lange nehm ich denn schon auf? 25 Minuten? Oh, ich muss mich mal ein bisschen ranhalten. Okay. Ich... Äh... Dr. Strange, Superfilm. Hat die... Äh... Ich mag den Charakter. Ich mag die anderen Charaktere da drin. Ich mag dieses Mysterische dahinter. Ich mag auch, wie es am Ende... Äh... Beendet wurde, der Film und so. Art-Tier. Dr. Strange ist Art-Tier. Dann haben wir, ähm... Black Panther ist für mich C. Ähm... Ganz kontrolliert. Weil... Ich weiß, Black Panther wird sehr gefeiert. Ich mochte Black Panther, den Film, nicht so gerne. Tatsächlich. Ich mochte ihn nicht so gerne. Ähm... Ich will ihn nicht in D packen, weil so schlecht war er nun auch wieder nicht. Aber... Ich mochte auch nicht, wer es mir aus dem Charakter gemacht haben. Irgendwie... Der war nicht mehr derselbe Charakter wie in Civil War. Ich mochte den Charakter, wie er in Civil War war. In Black Panther mochte ich dann auch nicht mehr. Auch den Anzug finde ich nicht mehr so geil, wie er da war generell. Der ist... Ähm... Ähm... Ja, keine Ahnung. Ich mochte... Black Panther... Ist nicht... Ist so überhaupt nicht mein Favorite-Film. Äh... Ant-Man as a War ist ein A. Aus denselben Gründen wie, ähm... Ant-Man 1. Tatsächlich. Ähm... Captain Marvel... D. Captain Marvel, D. Also ich bin keiner von denen, die ihn total hassen. Ich bin echt keiner von denen, die den Film total hassen. Ich hab auch nichts gegen den Charakter Captain Marvel tatsächlich. Auch nicht gegen Brie Larson und so wie andere was. Sondern mir geht's wirklich darum, ich fand den Film... Ich muss sagen, Captain Marvel fand ich im Nachhinein langweilig. Ich fand ihn langweilig. Und eigentlich... Boah... Eigentlich müsste deswegen Black Panther auch in D rein. Aber vor Captain Marvel. Weil die beiden Filme... Es hat nichts mit den Charakteren zu tun. Ich find die Charaktere super. Aber die Filme... Beide Filme fand ich irgendwie... Ha... Irgendwie hat mir da einfach was gefehlt bei den Filmen. Ich kann nicht sagen was, aber... Mir hat einfach irgendwas dabei gefehlt. So. Infinity War S... Endgame A. Endgame A. Ich liebe Endgame. Ich mag... Mir kommen jedes Mal die Tränen am Ende bei der Portal-Szene und so. Ähm... Warum A? Warum nicht S? Wegen Hulk und Thor. Ich finde beide... Also Hulk find ich an sich noch gut. Also ich versteh das vollkommen mit... Ähm... Dem... Ähm... Ähm... Also dass sie jetzt verbunden sind. Mir hat nur die Erklärung gefehlt. Mir hat die Erklärung gefehlt. Und mit Thor komm ich überhaupt nicht mehr klar. Ich find gut diese Entscheidung mit, dass er halt... Äh... Da total gebrochen ist und so. Das find ich in Ordnung. Aber ich... Wie krass sie ihn ins lächerliche gezogen haben. Das... Nein. Oh... Das... Das ist für mich immer noch schlimm. Ey. Also ich find das echt gut, dass er da gebrochen ist. Dass... Dass die das auch so zeigen. Ey... Seine Freunde nehmen ihn nicht ernst. Und seine... Mutter nimmt ihn dann aber ernst. Und kann erst in ihn wirklich... In ihn reinreden und so. Und allem. Das ist echt... Das war eine brillante Entscheidung mit dem Charakter. Aber dieses übertriebene, lächerliche Ziehen. Das war's halt. Und deswegen... Kann ich diesen Film nicht auf S packen, leider. Deswegen kann ich den Film leider nicht auf S packen. Ähm... Far From Home? B. Also ich kann gerade Far From Home nicht einteilen. Ähm... Far From Home wäre... Also Spiderman Far From Home wäre B. Ich mochte zwar auch den Film an sich wieder. Aber ich mochte es nicht, dass das wieder alles auf Tony Stark zurückzuführen war. Und... Äh... Ich mag's auch nicht, dass Peter so komplett die Technik von Tony benutzt. Das ist tatsächlich etwas, was mir nicht gefällt. Ich find zwar gut, dass er halt da... Ich fand die Geschichte gut mit, dass er halt Tony hinterher trauert und so. Aber es hätte... Der Bösewicht hätte nicht schon wieder eigentlich eine Konsequenz von Tony sein müssen. Es hätte ruhig diesmal echt ein Bösewicht sein können, der auf eine Konsequenz von Spider-Man ist. Oder so. Das hätte echt nicht sein müssen. Deswegen... Spider-Man Far From Home, nur Beth hier. So. Jetzt versuch ich mal ganz schnell hier zu ordnen. Infinity War... Winter Soldier tatsächlich immer noch besser als Infinity War. Infinity War ist so ein geiler Film. Eigentlich sind die beiden gleich gut. Ich kann die leider nicht untereinander setzen. Die sind gleich gut. Civil War kommt als nächstes. Das ist auf jeden Fall das S-Tier. Ganz klar. Ähm... A-Tier. Ähm... A-Tier, A-Tier. Womit fangen wir an? Ähm... Endgame kommt weiter nach vorne. Ähm... Ant-Man and the Wasp for Ant-Man. Ganz klar. Iron Man hinter die Ant-Man-Filme. Iron Man 3. Iron Man 4, Iron Man 3, wenn auch nur knapp. Guardians of the Galaxy. Die kommt vor Iron Man. Avengers kommt dahin. Ähm... Dr. Strange dahin. Spider-Man Far From Home. Weil es auch eigentlich der beste Spider-Man-Film bisher ist. Da. Oder nicht. Würde den sogar noch dahin setzen. So ist gut. Und damit, aus Konsequenz daraus... Tatsächlich. Weil die Mitte sollte ja eigentlich die sein, die am weitesten ist. Ähm... Rücken... Ähm... Äh, nee. Dr. Strange ist tatsächlich for Iron Man. Dr. Strange ist for Iron Man. Ganz klar. Wobei eigentlich müsste Dr. Strange dahin. Boah... Age of Ultron ist aber auf jeden Fall A-Tier. Okay, aber die Iron Man-Filme rücken tatsächlich dadurch in B-Tier rein. Hätte ich nicht gedacht, aber... Sind aber ganz vorne bei B-Tier. Ähm... Avengers... Vor denen. Thor... Ruhig dahin. Gagnus auf Galaxy 2 ganz einfach näher. Das ist gut. Ähm... Dann haben wir hier... Ragnarök ist hoffentlich immer noch besser. Thor dahin. Ja, so. Das ist meine Tierlist. Ich glaube, mit der bin ich ganz zufrieden. Ähm... Ich glaube, mit der bin ich ganz zufrieden. Ein paar Filme wie hier, ne? Die sind eigentlich gleich gut. Die sind gleich gut. Ähm... Ne? Deswegen ist das ein bisschen komisch. Aber das ist, ähm... Ähm... Ja, das ist meine Tierlist. Philips... MCU... Tier... List. Ähm... Wie gesagt, meine persönliche Meinung, ne? Ähm... Deswegen... Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Aber denkt dann, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt eine andere Meinung haben zu den Filmen. Jedem ist... Jedem das... Das eigene... Das eigene... Ähm... Das ist auf jeden Fall, wie ich für mich persönlich die MCU-Filme ranke. Ähm... Ich bin mal gespannt, was dann noch kommt. Und... Ich will jetzt die Folge echt beenden, weil ich möchte nicht, dass die Folge so übertrieben lang wird. Ähm... Gut. Ich wünsche euch damit noch frohe Rest-Ostern. Einen guten Start in die nächste Woche. Und... Äh... Wir sehen uns dann bei Talk am Sonntag in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Und nächste Woche ist bei Jonas da. Aber guckt gerne in die anderen Projekte noch rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Nichts mal. Bis dahin. Bis dahin.